Hätte mich ja auch erstmal meinen Begleiter rausnehmen können, ne? Finde ich so. Ich darf hier erstmal meinen Begleiter beschwimmen? Na? Hallo? So, wunderbar. Supiii. Okay, dann können wir jetzt. Ich würde sagen, hier lag. Was? Ach ja, klar. Hier. Haha! So. Wie wer will net, hä? Naja. Okay, dann. Weiter hier zum nächsten. Würde man sagen, Chilank. Huii. Greif an, mein Genosse. So. Ja! 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 Noch mehr Gegner. Immer auf die Fresse. Komm, immer drauf. Das vom Thema, es wird was, ne? Kann heilen und so. Kann ja wunderbar heilen. So, da hinten. Komm her, du. Schwagel, du. Ah, komm her. Na los. Das war super hier. Boah, was. Ja! Ja, bringt doch noch mehr. Geil, bringt doch noch mehr Gegner, du Noob, ey. Noob. Oh, Mann. Bring doch noch mehr Gegner ran, hier. Das ist echt lustig, wie ne Kanalrade. Hammerhart. So. Ist jetzt hier alles glücklich und zufrieden. So, da kann man ein bisschen hier Berufe pushen, hier. Komm, und den auch nochmal. Super. Den machst du nochmal. Kann ich mir das hier holen? So, den hole ich mir noch. Und den hier. So. Woo. Ja, ja. Ja. Ja, ist klar. Nicht schlecht, das läuft so gut, aber... Warum immer so viele Gegner auf einmal? Ihr habt doch einen Schaden. Das Ding ist schlecht, das meins. Von daher nehme ich das nicht. So, lass mal hier ein bisschen hier was abernten. Ach, ah, Hilfe. Na, greif an. So, erster Tod. Das hier immer so viele angreifen. Ah, meine Herren. Was ist das jetzt hier? Ah, schlecht als meins. So, erst mal hier den ausrauben. Den. Dann sich hier so ein... Das Teil hier absammeln, hier. Ey! Klau mir das Ding nicht. Meins? So, da ja. So, soll ich sagen, hier ist lang. Dum, dadadam, dum, 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 dum. Oh, jo, gut, hier. Reifen wir den mal. So, ja, wir müssen hier diese blöden Huhn erst mal sammeln. Aber es läuft ja eigentlich ganz interessant. Also, zumindest, bis auf den einen Fail von dem Typen hier gerade, läuft das ganz gut. So, vor allem kann ich hier jede Menge... Ja, analysieren, um meinen Beruf zu pushen hier. Das gefällt mir doch ganz gut. So, bleib an. Hui! Hm. Nicht nett. Och, bleib doch mal stehen. Ach, bleib doch mal stehen. Meine Fresse. Wie soll ich denn so... Wie soll ich denn so kämpfen, wenn ihr mal hier wegrennt, ey? So. Einmal den. Einmal den. Und einmal den. Und einmal den. Da kann ich echt gut hier Beruf pushen. Wunderbar, da kann ich hier mir auch noch was wollen. Ich bin schon unterwegs, Leute. Lauft mir nicht so weg. Ich komm schon. Hui! Nein! Ah, so, da. Ich möchte nämlich diesen Weg hier gehen. Oder eher fliegen. So. Ganz ruhig. Nicht angreifen. Aber den müssen wir haben. Huch! Mein Begleiter! Warum ist mein Begleiter weg? Scheiße! Wo ist mein Begleiter geblieben? Was soll der Scheiß? Warum ist mein Begleiter weg? Ah! Halt die Fresse. Schwere Rüstung? Nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht. So. Holen wir uns jetzt das Ding hier. Du, endest das hier ab. Ja, und dann. Sollen wir jetzt hier lang? Was? Och Gott! Äh, kämpfen! Ja, bam, ist die weg, ey. Juhu! Buddy! Und. Los. Ja, wir müssen jetzt. Ach ja, klar. Wir, genau. Wir müssen jetzt diese Rune da. Also in diesen. Dings da vorne da rein. Und dort die Rune richtigen rein. eine Folge betätigen. Na dann. Huch. Wah, wippe! Wo kommt der her? Na dann. Zerlegen wir die mal. Ja, komm. Stirb. Flachweife. Und los, 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 los. Ja, wunderbar. Gut. So. Es müssen wir genau da hin. Das kann den anderen noch mal versuchen einzuladen. Ja, wen denn? Wen? Ach Gott, Syva. Okay. Oh, gut. Ja, super. Jetzt haben wir ja zwar 15er noch drin, aber jetzt in meinem Begleiterwerk. das ist ja auch nicht so toll. Naja. Wenn's dann sein muss. Ich hätte zwar lieber mein Begleiter gehabt, aber na ja. Schade. Weil jetzt muss ich sogar hier selbst hier die ganzen Sachen hier abernten, ey. Nun ja. Wollen wir doch mal hier die Quest machen. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Ich mein, ich weiß es, ich hab die Quest schon mal gemacht mit meinem Maid-Charakter. Aber ihr wisst es ja noch nicht, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt. Hihi. Ach ja. Es wird gleich mal Schönes passieren. So, die Runen in der richtigen Reihenfolge aktivieren. So, dazu müsst ihr von Missionsgegenstände die in der richtigen Reihenfolge betätigen. So, auch nicht die richtige. Da ist auch nicht. Gut. Okay. Ist natürlich klar, geil werden jetzt alle versuchen. Das sagt nicht wirklich, was wird. Ich warte einfach, bis die das gemacht haben. Ansonsten wird das nichts. Ja. Normal müsst ihr halt das alles in der richtigen Reihenfolge machen. dann dann findet ihr dann am Ende das das hier gleich hier rum dampft und leuchtet und so. Und dann müsste gleich auch noch ein Bossgegner kommen. Wenn er da mal endlich fertig ist irgendwann. Ja, genau, jetzt können wir Altar betätigen. Und jetzt kommt Boss. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wollen wir mal hier Party haben. Ja, der geht eigentlich, glaube ich. Zumindest nimmt er Schaden. So, sollte machbar sein. Obwohl es halt hier gerade schön Schaden nimmt auch. Ja, abwarten. Abwarten. Ja, müsste aber gehen. Ich meine, hallo, wie es sich so kippiert. Da sind wir Zweiergruppen-Quest. Das muss doch gehen. So, haben. Gut, ja, gut. Das haben wir. Das sieht doch jetzt schon, dass es klappt. Au. Au, du Sackgesicht. Aua, man. Schwere Rüstung. Brauche ich nicht. So, holen wir uns die auch nochmal hier. Gut. Das war's. Kehre so, Schala, Schala zurück. So, danke für die Hilfe. Det wäre es. Etwa können wir nämlich so Quest zurück oder Questgeberin zurück und die abgeben. Ja, haben wir auf jeden Fall die schon mal erledigt. jetzt nur noch Hartrasen-Niederlage und da muss ich halt gucken, wie ich das mache, weil wir haben ja schon die Gegner gekillt, müssen nur noch den Boss besiegen, während andere, die die Questen halt noch nicht gemacht haben, beziehungsweise noch die angefangen haben, gegebenenfalls die Queste vorne nämlich machen müssen. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher, wie ich das mache. Und ob ich die Queste überhaupt machen will. mal schauen, mal schauen. Oh, können wir uns nächstes Mal eben hier auf den Weg mitnehmen. Ja, komm. So, aber leider kann ich wieder rufen. Urfall, Alézé, Rekedischa. Genau. Alézé, Rekedischa. Bam, bam. Hui. Eigentlich kann ich auf meinem Maul aussteigen und fliegen. Fliegen. Ah, Hilfe, wo willst du lang? So. Oh, Hilfe, Hilfe. So, verlasse ich mal die Gruppe. Muss ja jetzt nicht sein, dass wir die ganze Zeit in der Gruppe drin sind. Quest ist ja erledigt. Abgeben geht auch ohne Gruppe. Was habt ihr denn hier für eine Fälle-Party? Hehe. Mann, das sind aber viele. Habt ihr Freunde, wa? Jaja. Dat ist ne Freundschaft da. So viele Tierchen. So, mal schauen, was wir hier kriegen. Meistens kriegt man bei Hellenquests immer Marken. Also hier, ähm, Sekündchen. Währung da. Hier, Auszeichnungen oder gute Rüstung. Was? Ach, das war sie drum in Karls-Ausleitungen. Nice. Damit kann man doch bisschen was anstellen. So, was soll ich denn jetzt lang? Ach so, da hinten, genau. Was denn für ein Leckes hier? Alter! Alter! Hör auf, zu lecken hier! Meine Güte da! Röger Anfall! So, sprich mit mir! Ja, hervorragend! Nur die dunkle Seite kann solche Macht hervorbringen! Solche... Oh, ihr seid immer noch hier. Wird euch dies genügen? Mann, bist so eklig. Das war lächerlich einfach. Ihr habt eure Sache gut gemacht, aber meine Arbeit hat gerade erst begonnen. Lasst mich allein. Bitte, wär auch ganz nett. Ach, wir kriegen noch einen Codex-Eintrag für die Sif-Boot. Und hier, entweder Auszeichnungen oder ein sehr nettes Teil fürs Ohr. Nehmen wir das Ding doch. Hm, hm. Na?